Michael Menzel ist ein ehemaliger deutscher Handballspieler und Handballtrainer. Über die Stationen S.U.S. Oberaden, S.G. Weiche Handewitt und S.G. Flensburg-Handewitt kam Michael Menzel 1994 zum THW Kiel. In insgesamt 240 Bundesligaspielen, davon 90 für Flensburg, erzielte er 411 Feldtore. 2000 musste er seine aktive Karriere wegen eines Knorpelschadens im Knie beenden. Für die Nationalmannschaft bestritt Menzel 16 Ahländer Spiele, in denen er 27 Tore warf. Michael Menzel ist von Beruf Einzelhandelskaufmann. Er ist verheiratet mit Silvia und hat einen Sohn. In der Saison 2008-09 war er als Co-Trainer beim damaligen Landesligisten S.G. Bordesholm-Brügge aktiv. Seit 2010 ist Menzel Betreuer der Bundesligamannschaft des THW Kiel. Erfolge